Der Aufbruch jetzt vor allen Dingen in Lebensmittelverpackungen zu gehen, was ja ein wesentlich größerer Sprung für uns auch war, der basierte vor allen Dingen darauf, dass im Medienbereich der Markt stark rückläufig ist in den letzten Jahren. Das war für uns der Startpunkt zu sagen, Diversifikation ist ein großes Wort, in welche Branchen kann man gehen. Wir haben das dann hier im Team erarbeitet. Mit einer hochkompetenten Truppe, die auch Produktentwicklung seit Jahren eigentlich entwickelt hat für uns und immer mit neuen Lösungen gekommen ist. Nachhaltigkeit wird ja immer definiert unter verschiedensten Gesichtspunkten. Für unsere Kunden ist zurzeit wirklich im Fokus, den Einsatz von Kunststoff zu verringern. Das führt dann dazu, dass man zum Beispiel auf die Schalen verzichtet aus Kunststoff, dass man auf den schwarzen Kunststoff verzichtet, der oft eingesetzt wird. Der ist nämlich auch nicht mit gelbem Sack nachher recycelfähig. Der Einsatz von Karton steht im Vordergrund und damit auch, dass man dann über das duale System die Recyclingkette, also den ganzen Lieferkreislauf dann erfüllt. Nachhaltigkeit alleine durch Karton wird schwierig sein. Die Kombination mit Folien hat dann den interessanten Aspekt, wie viel Folie wird dann eingesetzt. Und so gelten zum Beispiel Produkte, bei denen der Folieneinsatz unter 5% des Gesamtgewichtes der Verpackung liegt. Die gelten noch wiederum als Monomaterial, weil die können nämlich später wieder recycelt werden. Die große Herausforderung war den gesamten Betrieb umzustricken auf wirklich Lösungen, die auch den Hygienestandard für die Lebensmittelbranche standhalten. Das war ein Prozess, wo wir wirklich von der gesamten Unternehmenskultur eine 180 Grad Drehung vollzogen haben. Innerhalb von 6-7 Monaten haben wir den Betrieb komplett umgestellt und arbeiten jetzt nach den Standards der sogenannten FSSC 22000 Ohm. Man muss sich das so vorstellen, dass in einer normalen Druckerei bestimmte Farben eingesetzt werden. Die können auch ölbasiert sein. Bei uns jetzt nach den Standards dürfen wir gar nicht mehr solche Farben einsetzen. Wir reden von migrationsarmen Farben. Das muss man sich so vorstellen, dass eine ölbasierte Farbe in das Material diffundiert und dort natürlich auch Rückstände hinterlässt. Das sind also speziell hergestellte Farben, die dann diesen Effekt nicht mehr aufweisen und damit lebensmittelecht eingestuft sind. Und das ist nur eine Anforderung. Es geht bis hin, welche Materialien darf ich einsetzen. Alles redet immer von Recyclingkarton für Lebensmittelverpackungen, die im Direktkontakt, wir reden dann von Primärverpackungen, die dort eingesetzt werden, kann ich aber keinen recycelbasierten Karton einsetzen. Weil dort nehme ich wiederum Stichwort Recycling. Da sind auch Zeitungspapiere im Recycling. Da sind wiederum Mineralölbasierte Farben im Einsatz. Und dann habe ich genau wieder im Material selbst schon diese Mineralölrückstände und das muss ausgeschlossen werden. Jetzt unterscheiden wir uns alle noch sehr durch Kleidung und wie auch immer. Wenn man im Betrieb ist, dann wird man feststellen, man ist dann mit Haarnetz ausgestattet, mit entsprechenden Anzügen und das sind dann so die geringsten Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Es sind aber nachher tatsächlich auch Eigenschaften. In den Betrieb zu kommen, muss man komplett einmal die Hände natürlich waschen. Es geht aber auch so weit, dass zum Beispiel alles, was aus Glas besteht, muss erfasst sein. Und wenn man um den Betrieb außen herum geht, also die Außenhülle des Gebäudes, da ist eine der dann auch zu erfüllenden Vorschriften ist, dass im 1 Meter Abstand kein Gewächs-, Pflanze-, Grünzeug irgendwie wachsen darf. Das in Summe sind nur einzelne wenige Beispiele. Das Gesamtkataster, das umfasst viele hundert Punkte, die zu erfüllen sind. Also zu sagen, das war ein schwieriger Umstellungsprozess ist noch untertrieben, das war schon ein Paradigmenwechsel. Das heißt, es ist ja komplett anders sich selber briefen, die Abläufe dann auch Leben verinnerlichen. Und es gab natürlich am Anfang doch sehr, sehr viele skeptische Blicke erst. Es ist aber erfreulich, wie alle mitgezogen haben und letztendlich dann diese auch neuen Herausforderungen angenommen haben. Beispiel ist ja, wir sind ja nach wie vor im Medienbereich sehr stark. Und wenn man jetzt gerade in diesen Wochen jetzt in der Hauptsaison in Betrieb geht, da sind ja über 80, 90 Prozent der Aufträge tatsächlich immer noch aus dem Medienbereich. Das sollte man nicht vergessen. Die Voraussetzungen nach Hygienestandards zu arbeiten, die erfüllen wir aber selbst jetzt bei den Medienprodukten. Das beeindruckte übrigens auch unsere Medienkunden. Das sind ja unter anderem große Musiklabels oder auch Hollywoodfirmen, die sich das hier schon vor Ort angesehen haben und sehr, sehr imponiert das zur Kenntnis genommen haben. Die sagen dann auch, das sind ja tolle Abläufe. Letztendlich aber haben die Mitarbeiter, das ist ja Kernantwort, die haben diesen großen Schritt mit uns dann aufgenommen und auch umgesetzt.